Was ist denn los, Großer? Wie sehr nerven dich Wortspiele mit deinem Nachnamen? Ja, ist schon ein bisschen nervig manchmal, aber gehört dazu, ist okay. Verstappen oder Hamilton? Ich sag Hamilton. Welches Ritual hast du vor dem Spiel? Ich hab eigentlich keins, also es gibt da keins, aber kein Bestimmtes, was ich hab. Elbflorenz oder das Tor zu Welthamburg? Elbflorenz. Worauf freust du dich in der kommenden Saison am meisten? Auf die Fans, vor den Fans zu spielen und Gas zu geben für den Verein. Max, vielen Dank. Danke.